BAM 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 So, der ist tot. Er ist toter als tot. Das sind so fucking Fehler. Anders bleibt mir nichts übrig, sonst diese lächerliche Taktik hier einzusetzen. Ciao! Er stirbt jetzt auch endlich mal. Meine Fresse. Bewegt euch nicht so viel. Das macht's einfacher. Ja, explodier. So, ich glaube da unten geh ich wieder mit dem MG voran. Das war ganz gut. Den lass ich auch mal in Ruhe. Nachladen. Nicht kurz wundern. Runter gehen. Weg. Okay, wir in Deckung. Alles niedermähen. So, pass mal auf, ja? So einen Lappen wie dich, ja? Ich bin gerade noch gefehlt. Das ist gut. Das ist gut. Wie komme ich denn da rein? Da ist eine Buzzy drin. So eine... So, pass mal auf, ja? Ich habe ja nichts gegen euch, ne? Aber ich mag euch nicht. Dann verpiss dich doch mal, Bug! Bug! Oh, jetzt reicht's mir. Jetzt ist die nächste vor mir! Pass auf! Mann. W생, ان.... infine.... Ihr musst alle sterben. Es ist Wille der Götter. Und ich... ..bin.. Der Gott! Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so ein Gottkomplex. Na los, alle sterben. Wo sind denn jetzt alle? Ich schätze, mitnehmen. Also mit Unterstützung. Ja, dann hört auf, mir in den Schuss rein zu rennen. So, wie viel Schuss hat das Ding eigentlich noch? Alter, was hat der für Waffen? Schakalbeschutz. Was, Sieg hab ich? Ja, kein Problem für mich, weißt du? Welche fucking leuchtenden Kugeln an den Seiten? Das ist ein Mörser. Wo sind denn bitte schon an den Seiten Kugeln? Ich seh keine fucking Kugeln an den Seiten! Boah, Alter, was ist denn das jetzt hier? Ah, da ist einer am Twitchen. Sehr schön. So, da ist keine Muni mehr. Ähm, ja, also das ist jetzt alles ein bisschen semi-optimal, was hier läuft. Ey! Ey! Danke. Sehr schön. Ich bringe jetzt ein DMR mit. Ist mir verarscht jetzt, oder was? Ich schwöre, das... Alter! Wer hat nach Papier nach mir geworfen? Mach Sitz! Ey, aber es... Es sieht ein bisschen aus wie ein Helm, ne? Oh, ein Lock, der zuvorkommt. Wir fahren eine Runde. Seh ich doch, ne? Ja, du darfst ruhig ballern. Okay. Okay. Wenn Sie die Brücke öffnen, können wir dem Meridian-Station helfen. Wenn ich sie durchlasse, kommen die Monster hinterher. Vergessen Sie es. Wenn Sie helfen wollen, sichern Sie die Brücke. Obala. Entschuldigung. Geht eigentlich so ein Fahrzeug selber um, oder? Ja! Tatsächlich. Wir gucken wir uns erstmal darum, was hier alles erstmal schön sauber ist. Ihr wisst es wahrscheinlich noch nicht, aber ich bin ein sehr sauberer Mensch. Und mag es gar nicht, bei der Arbeit zurückzuhalten. Also, ich sag mal, bei der Arbeit bin ich ein sauberer Mensch. Dann nehme ich sie alle mit. sehr schön dass die KI hier mal wirklich so intelligent ist es auch wirklich schön ballert vor allem ist aber ziemlich heiß geworden der knallrot so noch ein jahr wo müssen wir hin und da müssen wir hin boom alter jetzt müssen wir aussteigen nehmen wir auch den wanted wonder hier mit boom hey nachladen kann ich nicht die propaganda über die spartans stimmt also hinter der brücke näher an der stadt gibt es noch mehr die ihre hilfe brauchen wir kümmern uns darum na gut ich öffne sie ja wir sind die putze wir sind dafür da ein paar leichten unnötig ja wo seid ihr kleine spackos sollen wir hier mit dem auto lang fahren oder was ich glaube wir sollen hier mit dem auto lang fahren ok nehmen wir wieder einen warthog mit ja bieten wir nicht mehr als zurecht ist mir auch egal What the fuck? Jetzt haben die unseren Fahrzeug genommen? Das stimmt nicht mit denen Wir sollten hier aussteigen Was beschwert sie, dass wir uns gleich noch einen Panzer nehmen dürfen, oder was? Vielen Dank Der Springer hat ein Streugewehr. Achtet auf den Feuerkegel Wir sind getroffen. Fahr weiter Wow Das ist knapp So down, der ist down Ich lege jetzt den Soldaten um Ja, leg du mal den Soldaten um Frontflip Ne, du bist Mein Fahrzeug ist lästig Er ist ein wunderschönes Fahrzeug Frisch aus Ikea Frisch aus Ikea Frisch aus Ikea Frisch aus Ikea Die Leute fragen, ob ich Scheiße mache und sowas. Ja. Billy, die werden sich ihr Spielzeug ausborgen müssen. Was? Sie können damit mehr anfangen als Sie. Da muss ich noch. What the fuck? Wo, wie, wann, was, warum? Wie komme ich denn da? Wo komme ich denn da hoch? So bestimmt. Nee, das. Und nochmal drehen. Nein, rein in den Fahrzeug. Du machst die Kanoneeinsatz bereit. Wie im Eis in der Welt komme ich jetzt da hoch. Hör auf. Hier muss ich hin. Kurz kratzen. Das ist schön. Wir auch. Sind wir schon zu dritt. Da ist eine große, dicke, fette Strahlenkanone. Wie wär's, wenn du die als erstes abballerst? Das da. Ich habe das Geschütz amüsiert. Du sollst das Geschütz abballern. Alter, bist du dumm? Ja, mach doch, was du willst. Ja. Spartans, Sie sind jetzt in der Nähe der Meridian-Station. Könnten Sie zwischen Ihrer Position und der Stadt etwas aufräumen? Natürlich. Wow, ging schnell von runter von meinem Planeten zu. Können Sie mir helfen? Ja. Ja. centen wird uns mit uns. Ist oder ein Anfang. Danke, danke. 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 Danke.